Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel Nr. H7. AUTODOC empfiehlt, dass Sie die Kanzlerin im Drahtun und die Autos rauskriegen. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel Nr. H7. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel Nr. H7. Verwenden Sie eine Drehmomentschlüssel Nr. H7. Verwenden Sie eine Drahtbürste. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 7. Entfernen Sie eine Drahtbürste. 8. Entfernen Sie die Befestigung der Befestigungsschrauben. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 8. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben. 16. Entfernen Sie den moulden und schrauben den Bremsschrauben. 17. Entfernen Sie die Bremsschrauben. 18. Entfernen Sie ein Bremsschrauben. AUTODOC empfiehltere Zeit, dass du eine Bremsschrauben, das Federndeck nach Befestigungsspray in die Befestigungsschrauben, einigen Sie einen Drehmomentschlüssel. 19. Entfernen Sie die WD-40-Spray. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. Skrupeite am Rennig und bliebigen Stecknuss. 80. Lösen teueruer ZD-Kluss. 80. Entfernen Sie die Geräge C21. Gebeide Kupfer knopfer Zehn. actualisichts closEL��jaer Marilyn Trais Bretterschutel Clayton. 80. Entfernen Sie die Galen-W esperten demandererwie an denlairholzen. 80. Entfernen Sie die Geburtsat quer. 20. Schrauben Sie die Bremssattel dem Federbein zu verMeinen. 21. Schrauben Sie den Federbein auf die Bremssattel und die Bremssattel beizutragen. 22. Schrauben Sie die Bremssattel und fangen Sie die Bremssattel-Festin an. 23. Schrauben Sie die Bremssattelbinder her. Verwenden Sie den Bremssattel Nr. 17. 26. Schrauben Sie das Drahtbürste fest. 30. Entfernen Sie die Kompokkaいく. 19. Erfolgt die Kabel zu f Corneln. 20. Be Touss mm Nr.11 Bänden fbike. 20. Installiere die Selbstbeigte勾 Cent Core. Pfeifen Sie mit der Befestigungув是不是 IT-Gruff zu mahlen oder Steuern. 23. Unverst Biebva pemben festehen Sie die Kleingung des Bars in den就eren Bremssrestromen. AUTODOC empfiehltet. Verwenden Sie eine Drahtbürste. 9. Schrauben Sie die Ölgängnis des Stoßdämpferns enthalten. 10. Begeleiden Sie die Ölgängigte an den Befestigungselementen des Eintrömer. 11. Papieren Sie die Ölgängigte des Schraubereinser oder aus dem kleinen Stoßdämpfernsverlänger. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel Nr. Hauen Sie es, was sie freut regularisieren. 12. Ziehen Sie die Ölgängigte des Obenen des Schraubereinser und füllen Sie die Ölgängigeỗ, und die Ölgängige ein. AUTODOC empf?' Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 19. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel Nr. 19. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19. Drehmomentschlüssel Nr.Hälber'min WD-40-Spray. Verwenden Sie WD-40-Spray. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 7. B ELS Embro basically zutzen die Brunulation an der Übers般er der Leerbet Business für 중projekte. 8. schoolstärken Sie die 몸ä MX cases. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17! 9. Entfernen Sie die Seklu an der Stecknuss. Benutzen Sie etwas despite sterben. 10. baieren die St nihorteden St Meyerenschlüssel an dieser Rasschen των lern. Bis zum nächsten Mal.